Hallo, ich bin vom Geheimdienst. Man hat mich angesetzt, um feindliche Agenten und Spione zu fangen. Ja, wir sind umgeben von ihnen, tausende, überall. Aber, werden Sie jetzt fragen, obwohl das in meinen Augen noch keine Frage ist, was kann man dagegen tun? Das ist eine Frage. Ja, wie fängt man diese? Nun, da gibt es drei Grundschwächen. Neugier, Angst und Hunger. Und bei diesen drei Schwächen versuche ich, sich zu packen. Stellen Sie sich vor, wir sitzen in einem vollbesetzten Restaurant und dazwischen befindet sich irgendwo ein feindlicher Agent. Da versuche ich erstmal, seine Neugier zu wecken. Ähm, Herr Spion, ans Telefon. Oh, für mich. Ah, schon haben wir ihn gefasst. Oder mit der Angst. Äh, Herr Gent, es brennt. Hilfe! Ah! Ganz hartnäckige Fälle packe ich denn beim Hunger. Äh, äh, das Schnitzel für den Spitzel. Na endlich! Ah! Bis bald! Ist das ab... Adантго! Ah! 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 Vielen Dank.